Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was soll das? Also ich habe einen Verstärker, der quasi unendlich verstärkt und damit irgendwie immer übersteuert ist. Das ist nicht sonderlich hilfreich im ersten Moment und wirkt, denke ich, befremdlich. Dazu muss ich jetzt eine Sache vorwegnehmen. Es ist möglich, durch externe Beschaltung, also indem man irgendwas dumm rumbaut, den Verstärkungsfaktor zu reduzieren. Und das wollen wir uns jetzt angucken. Dazu ein paar Vorüberlegungen. Um ein paar Kategorien mal in den Kopf zu bringen, also mal ein paar Größenordnungen zu haben, mal kurz gesagt, wie groß eigentlich UB Plus ist. Betriebsspannungen von gängigen Operationsverstärkern sind üblicherweise nicht größer als 30 Volt. Genau genommen ist das eigentlich schon ein ganz großer Wert. Realistisch würde ich mal sagen, ist man so von 9 Volt bis ungefähr 30 Volt unterwegs. Viel höher wird es nicht. Die negative Betriebsspannung, die liegt so im Bereich von minus 30 Volt. Das geht auch, dann genauso wie 30 Volt. Und manchmal geht man hier sogar bis 0 Volt hoch. Da hat man nur eine positive Betriebsspannung und die negative Betriebsspannung liegt auf Masse. Wenn man nämlich zum Beispiel keine Wechselspannung verstärken will, sondern nur positive Spannungen, dann braucht man da auch keine negative Betriebsspannung, sondern 0 Volt reichen. Das als Kategorie. Damit kann ich sagen, dass wenn, also nicht nur, dass wenn der übersteuert ist, wenn der nicht übersteuert ist, sondern prinzipiell, dass die Ausgangsspannung in einem Bereich von ungefähr 30 Volt, also kleiner als 30 Volt sein wird und größer als minus 30 Volt. Weil er sich ja außerhalb dieser Grenzen nicht bewegen kann. Das sind jetzt ein paar Vorüberlegungen. Wenn ich jetzt hingehe und sage, V, die Verstärkung des Operationsverstärkers, und um zu sagen, dass das wirklich die Verstärkung von dieser Kiste hier ist, nenne ich das jetzt mal V0 oder VO, wie Operationsverstärker oder so. Wenn die ungefähr eine Million ist, einfach weil man damit jetzt ganz gut rechnen kann, also sehr, sehr, sehr groß ist, dann bedeutet das ja, dass die Differenzspannung, wenn der jetzt nicht gerade übersteuert ist, sehr, sehr klein sein muss. Denn es gilt ja, zumindest für den Fall, dass der OP nicht übersteuert ist, folgendes. Die Ausgangsspannung ergibt sich aus der Differenzspannung mal dem Verstärkungsfaktor des Operationsverstärkers. Das heißt aber auch, wenn man das mal umformt und jetzt einfach mal durch V0 teilt, dass die Differenzspannung gleich die Ausgangsspannung geteilt durch V0 ist. Für den Fall, dass der Operationsverstärker nicht übersteuert ist. Das bedeutet aber gleichermaßen, dass die Differenzspannung kleiner sein soll als 30 Volt, das wäre UA, geteilt durch eine Million. 30 durch eine Million, das ist eine verdammt kleine Zahl. 0,00, hau mich weg. Und auch größer sein soll als minus 30 durch eine Million, was eine Zahl ist, die liegt bei minus 0,000 irgendwas. Das heißt, die Differenzspannung ist irgendwie kleiner als 0,0000 und größer als minus 0,0000 irgendwas. Wenn das aber so ist, dann liegt die in einem ganz, ganz engen Bereich. Und deswegen können wir jetzt eine Schlussfolgerung machen. Im Falle, dass ein Operationsverstärker nicht übersteuert ist, grundsätzlich, ist die Differenzspannung ungefähr 0 Volt. Und das ist jetzt bitte nicht so zu verstehen, dass das gleich 0 Volt ist, sondern ungefähr 0 Volt. Also sehr, 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 sehr klein. Betragsmäßig sehr, 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 sehr klein. Das sind Vorüberlegungen, die wir jetzt für den folgenden Gedankengang oder für die folgende Schaltungsanalyse brauchen. Wir gehen jetzt nämlich hin und sagen, naja, wir machen jetzt aus unserem Operationsverstärker hier erstmal wieder einen normalen Spannungsverstärker. Und zwar wollen wir gerne den nichtinvertierenden Eingang als Eingangsklemme nehmen, wie beim Spannungsverstärker auch gegen Masse. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, naja, gut, was machen wir denn dann mit dem nichtinvertierenden Eingang? Den legen wir jetzt einfach mal testweise auf Masse. Die Differenzspannung liegt immer noch hier. Und wenn man da jetzt reinguckt, dann wird man hoffentlich sehen, dass jetzt gilt UE gleich UD. Also die Differenzspannung ist gleich der Eingangsspannung. Wenn ich jetzt hingehe und sage, dieses ganze Teil hier soll ein Spannungsverstärker sein und der Verstärkungsfaktor dieses Spannungsverstärkers, ich nenne das mal Gesamtverstärkung, um zu sagen, naja, das ist quasi alles, dann wäre die Gesamtverstärkung so etwas wie Ausgangsspannung durch Eingangsspannung, so ist sie ja festgelegt. Jetzt ist die Eingangsspannung aber gleich der Differenzspannung. Und damit ist die Gesamtverstärkung dieses Spannungsverstärkers gleich der Differenzverstärkung des Operationsverstärkers, also gleich V0 und damit ungefähr immer noch im Bereich von einer Million. Also zu sagen, ich nehme den einen Eingang und lege ihn auf Masse, mache da draußen Verstärker, führt dazu, dass dieser Verstärker die gleiche Verstärkung hat wie der Operationsverstärker selbst. Jetzt mache ich aber einen Trick, jetzt komme ich mit ganz anderen Sachen an. Und zwar gehe ich jetzt nicht hin und nehme diesen Eingang hier und lege ihn auf Masse, sondern ich mache zunächst mal was anderes. Ich gehe zunächst mal hin und baue an den Ausgang einen Spannungsteiler. Mit zwei Widerständen und unten lege ich das Ganze auf Masse. Das ändert nichts an der Ausgangsspannung. Wir hatten gesagt, der Ausgangswiderstand des Operationsverstärkers oder überhaupt eines Differenzverstärkers, solange man nichts anderes sagt, ist ungefähr 0. Damit ändert sich die Ausgangsspannung nicht, wenn ich hier einen Spannungsteiler anschließe. Die Verhältnisse gelten genauso wie gehabt. Damit habe ich also noch nichts verändert. Und jetzt gehe ich hin und sage, naja gut, wenn ich doch jetzt dafür sorgen könnte, dass meine Differenzspannung kleiner wird, dann würde auch meine Ausgangsspannung kleiner werden. Und jetzt mache ich folgenden Trick. Und das ist wirklich sehr schwierig zu verstehen. Und wenn man das wirklich hochpräzise haben möchte, wirklich hergeleitet und sauber, dann muss man sich dafür auf YouTube die ganze Playlist angucken. Die zieht sich dann allerdings auch über 10 Videos. Und das Ganze dauert dann schon mal eine gute Stunde bis zwei. Wir machen das hier ein bisschen kürzer. Wir machen folgendes. Wir nehmen diesen Mittelpunkt dieses Spannungsteilers und schließen den an den invertierenden Eingang an. Ich vergebe hier mal Namen. Ich nenne den hier mal R2 und den hier mal R1. Und jetzt ist die Überlegung die folgende. Stellen wir uns vor, wir hätten eine bestimmte Differenzspannung. Die würde jetzt zum Beispiel größer werden. Wenn die hier größer wird, verstärkt der Operationsverstärker diese größer werdende Differenzspannung nach hinten durch. Damit steigt hier an diesem Punkt auch die Ausgangsspannung. Wenn aber die Ausgangsspannung steigt, weil das hier ein Spannungsteiler ist, steigt auch die Spannung in diesem Punkt. Wenn die Spannung in diesem Punkt aber steigt, und ich halte jetzt mal OE konstant, dann wird die Differenzspannung kleiner. Das ist so eine Art Widerspruch. Was man hier baut, ist ein sogenannter Regelkreis. Das Ganze pendelt sich quasi ein. Und jetzt rechnen wir diese Schaltung mal durch und glauben das Ergebnis. Das fällt wie gesagt ein bisschen vom Himmel. Wer das hochpräzise und völlig klein zerlegt und verständlich haben will, muss dann wirklich bei YouTube gucken. Aber wir machen es mal im Kurzverfahren. Und zwar starten wir, und deswegen auch dieses Vorgeplänkel hier, wir starten mal mit der Annahme oder mit der Näherung, dass die Differenzspannung ungefähr 0 ist. Und die Idee ist ja, dass wir den Verstärkungsfaktor dieser Schaltung reduzieren. Das heißt, was wir eigentlich suchen, in allerletzter Instanz, ist sowas wie, wie groß ist denn V-Gesamt? Und V-Gesamt soll sein UA durch UE. Und wie groß ist das jetzt? Wenn wir nichts tun, sondern einfach hier nur Masse anschließen, hatten wir eben gesehen, dann ist es eine Million. Und was wir hier jetzt gemacht haben, führt vielleicht dazu, beziehungsweise wird gleich dazu führen, dass die Verstärkung kleiner wird, die Gesamtverstärkung. Und jetzt laufen wir mal durch. Das, was wir jetzt machen, ist einfach eine Schaltungsanalyse. Und dann nutzen wir jetzt das, was wir kennen, Maschen und Knoten. Das heißt, in dem ersten Schritt überlegen wir uns mal, wie groß ist denn die Spannung über R1. Warum interessiert uns das? Naja, wir benennen sie erstmal UR1. Warum interessiert die uns? Weil die irgendwie mit der Ausgangsspannung zusammenhängt. Denn wenn wir uns diese beiden Sachen hier angucken, dann ist vielleicht offensichtlich, dass sich die Ausgangsspannung zusammensetzt aus dieser Spannung und dieser Spannung. Also man könnte hier eine Masche reinlegen. Und wenn man die Maschengleichung aufstellt und das Ganze umformt, dann stellt man fest, dass die Ausgangsspannung gleich die Spannung über R1 plus die Spannung über R2 ist. Deswegen wollen wir uns fragen, wie hängt denn UR1 und UR2 jetzt von UE ab? Naja, schauen wir mal. Der Gag ist jetzt der folgende. Die Differenzspannung ist 0. Wenn die Differenzspannung aber 0 ist, passiert zwischen diesen beiden Punkten hier nichts. Das heißt, wenn ich hier eine Masche reinlege, so rumgelaufen, dass wenn UD gleich 0 ist, oder ungefähr 0 ist, UE ungefähr R1 sein muss. Das heißt, UR1 ist ungefähr oder gleich, gleich ungefähr, müssen wir jetzt mal hier akzeptieren. Ich schreibe hier mal gleich hin. Immer im Hinterkopf haben, das ist in sehr, 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 sehr guter Näherung so. Und deswegen können wir die Unterschiede vernachlässigen. Das ist gleich UE. Eben weil diese Differenzspannung ungefähr 0 ist. Das ist schön, weil dann kann ich das hier oben direkt gleich ersetzen. Ich habe sofort die Abhängigkeit von UE. Die sind nämlich einfach gleich. Der nächste Schritt ist jetzt der, dass wir hingehen und uns fragen, naja gut, wenn hier jetzt UE anliegt, das schreibe ich vielleicht auch gleich in die Schaltung rein, UE, wie groß ist denn dann der Strom, der durch diesen Widerstand fließt? Den nenne ich mal IR1. Vielleicht ist an der Stelle nicht klar, warum der einen interessieren sollte. Wir rechnen jetzt mal durch. Ich versuche jetzt mal nicht in jedem Detail zu begründen, warum man jetzt auf die Idee kommen muss, sondern rechne jetzt einfach mal durch und wir sehen hinterher am Ergebnis, dass das sinnvoll war. Dafür braucht man ein bisschen Erfahrung. Also da jetzt selber drauf zu kommen, was man hier alles zu tun und zu lassen hat, ist schwierig, aber deswegen mache ich es ja einmal vor. Der Strom durch IR1 ist nichts anderes als UR1 durch R1 nach Ohn schon im Gesetz. Aber ich ersetze es einfach direkt mal durch UE, weil die sind ja gleich. Also IR1 ist nichts anderes als UE geteilt durch R1. Okay, kann man machen, warum auch immer. Nächster Schritt ist, wir überlegen uns, wie groß ist der Strom durch R2. Auch hier müssen wir jetzt einfach mal kurz glauben, dass das sinnvoll ist. Der Strom durch R2 ist jetzt witzigerweise gleich dem Strom durch R1, weil, und das muss man jetzt im Hinterkopf haben, wir hatten gesagt, bei einem idealen Differenzverstärker, und das ist auch ein OP, fließt kein Strom in die Eingänge rein. Hier fließt 0. Also kein Strom in die Eingänge, das heißt, dieser Strom ist 0 Ampere. Wenn hier aber nichts abfließt, muss der ganze Strom, der hier oben reinfließt, auch hier unten wieder rauskommen. Das heißt, die beiden Ströme sind gleich groß. IR1 ist gleich IR2. Und das ist sehr nett, denn wir können mit dem IR2 jetzt die Spannung IR2 ausrechnen. Ausrechnen, immer vor dem Hintergrund anders ausdrücken, durch irgendwie die Eingangsspannung ausdrücken. Das meine ich mit ausrechnen, ich meine nicht mit Zahlen. also IR2 ist jetzt nichts anderes als IR2 mal R2. Und das ist nichts anderes, wenn ich das jetzt hier rück einsetze, als UE, und ich sortiere das mal ein bisschen um. UE durch R1, das wäre der Strom, und der ganze Strom wird multipliziert mit R2. Also R2 durch R1. Und jetzt haben wir folgendes gemacht. Warum haben wir das gemacht? Wir haben das gemacht, weil wir jetzt UR2, was hier oben auftaucht, ausgedrückt haben durch UE. Das ist gut. Und wir haben UR1 ausgedrückt durch UE. Das ist gut. Und jetzt nehmen wir diese Gleichung, ach, gelb ist eine hässliche Farbe, ich nehme mal das hellgrün, diese Gleichung setzen die hier ein. Und wir nehmen diese Gleichung und setzen die hier ein. Und dann kommen wir auf folgenden Ausdruck, vielleicht ist noch nicht mal da ersichtlich, was der ganze Scheiß jetzt sollte. Dass UA gleich UE ist, das ist die erste Ersetzung, die wir vornehmen, plus UR2 ersetzt durch dieses Ding da unten, UE mal R2 durch R1. Und damit sind wir fast fertig. Nochmal zur Erinnerung. Wir möchten V-Gesamt ausrechnen. Dieses V-Gesamt hier. Das war Quatsch. Dieses V-Gesamt wollen wir ausrechnen. Und das ist UA geteilt durch UE. Wenn wir jetzt hingehen das können wir im Zwischenschritt noch machen, ausklammern. Ich mache es mal direkt. Hoffentlich kann man mir das glauben, dass das so ist. Wenn ich diese Gleichung jetzt nämlich durch UE teile, dann steht auf der linken Seite UA durch UE. Und auf der rechten Seite bleibt übrig UE geteilt durch UE. 1 durch 1 ist 1, 2 durch 2 ist 1, 3 durch 3 ist 1, 4 durch 4 ist 1, UE durch UE ist auch 1. Also 1. Plus, und wenn ich diesen Ausdruck hier durch UE teile, dann steht hier UE geteilt durch UE ist wieder 1, mal R2 durch R1. Also bleibt hier nur R2 durch R1 übrig. Und das hier ist gleich unsere Gesamtverstärkung. Wir haben jetzt eine Schaltung gebaut und das ist eigentlich der Riesengeck an der ganzen Sache. Wir haben jetzt eine Schaltung gebaut, deren Gesamtverstärkung hängt nicht mehr von der Verstärkung des Operationsverstärkers ab. Dieses V0, was wir hier hinten hatten, taucht in dieser Gleichung hier überhaupt nicht mehr auf, sondern das Ganze hängt nur davon ab, wie ich diese Widerstände wähle. Also angenommen, ich würde zum Beispiel sowas machen wie R2 gleich R1 wählen. Ich sag mal, der eine ist 1 Kiloohm, der andere ist 1 Kiloohm, dann steht hier einfach 1 plus 1 Kiloohm durch 1 Kiloohm. 1 durch 1 ist 1. Also steht hier 1 plus 1. Ich habe eine Verstärkung von 2. Wenn ich den hier oben doppelt so groß mache, dann steht hier 2. Also 1 plus 2 sind 3. Wenn ich den 4 mal so groß mache, steht hier 5. Also 4 plus 1. Also 5. Und auf diese Art und Weise habe ich jetzt die Möglichkeit, durch zwei Widerstände, die ich außen anschließe, den Verstärkungsfaktor einzustellen. Das heißt, ich kann den auch beliebig reduzieren. Also beliebig geht es jetzt hier nicht. Also ich komme nicht unter 1. aber ich kann den deutlich reduzieren. Was wir hier gebaut haben, und das fasse ich noch mal ganz kurz hier zusammen, diese Schaltung, die wir hier gebaut haben, ist der sogenannte nicht-invertierende Verstärker. Wenn ihr das googelt und was weiß ich, auf Elektronik, Compendium oder sonst wo landet, dann findet ihr da auch noch mal ein paar Infos zu. Dieses Ding kriegt den Namen nicht-invertierender Verstärker. Also die ganze Schaltung. Der OP, also der Operationsverstärker, plus diese beiden Widerstände heißen zusammen nicht-invertierender Verstärker. Und der hat die wunderschöne Eigenschaft, dass sich dessen Verstärkung V-Gesamt zusammensetzt aus einer 1, wo auch immer die herkommt, plus R2 durch R1. Also ich kann seine Verstärkung durch die Wahl von R2 und R1 einstellen. Und damit habe ich jetzt keinen Verstärker mehr, der eine Verstärkung von einer Million macht, sondern vielleicht nur noch von 10, von 20, von 30, von 50, was ich halt so brauche. Und das kann ich eigentlich beliebig weit treiben. Damit übersteuert er mich auch nicht direkt. Und ich muss nicht irgendwie künstlich das Eingangssignal klein halten. Nein, ich kann einfach den Widerstand R2 ein bisschen kleiner machen und dann funktioniert das. Das ist der erste sinnvolle Verstärker, den wir kennenlernen. Also,